Freunde, Weihnachten steht vor der Tür und der Part der heutigen Folge ist Twinkly. Damit bringt ihr euren Weihnachtsbaum oder auch ganz andere Sachen, Streamingzimmer, Kinderzimmer, Haus, was auch immer, auf ein ganz neues Level. Und zwar Beleuchtung ist das Stichwort, aber specialmäßig. Das heißt, ihr könnt hier alles mögliche einstellen. RGB plus W, W steht für White, RGB für Rot, Gelb und Blau. Hat eine App-Steuerung, das heißt, ihr könnt hell, dunkel, mit Musik connecten, alles mögliche. Ihr könnt das draußen aufhängen, hat einen IP44-Standard. Es ist sehr, sehr viel möglich. Ihr könnt eigene Bilder mit einbänden und verschiedene Muster. Hier hinten auf der Verpackung sieht man das ganz gut. Es gibt da zum Beispiel Vertigo, Rising Sun, Rain, Ocean und auch Rainbow Swirl. Also ihr könnt das Ganze einfach individuell anpassen und einfach technisch euren Weihnachtsbaum auf ein ganz neues Level heben. Es gibt nicht nur die Produkte, sondern auch vieles mehr, was in Richtung Beleuchtung geht. Das könnt ihr auf jeden Fall auch mal auschecken. Links und Infos gibt es nochmal natürlich in der Videobeschreibung, im angepinnten Kommentar. Ihr kennt das Ganze. Und ja, vielen Dank an Twinkly fürs Sponsoren der Folge und jetzt viel Spaß mit dem Video. Twinkly bekommst du bei Mediamarkt Saturn Online und in ausgewählten Märkten. Wir sind vielleicht einen Tacken spät dran jetzt. Man könnte meinen, wenn das jetzt nichts wird, dann war es das, ne? Aber kein Druck, sag ich immer. Während zu Hause in Deutschland die Teams nominiert werden und ihr mitfiebert, welche Kandidaten diesmal dabei sind, machen sich Max und Johannes zusammen mit einem Team auf die Suche nach dem idealen Austragungsort für Staffel 3. Aber was ist mit den Bären? Wie gefährlich ist das wirklich? Und finden wir in der knappen Zeit geeignete Spots? All das in Folge 3 Behind the Scenes. Ist ein Bär gefährlich oder nicht? Es hängt natürlich damit zusammen, wie man sich selbst generell verhält. Ich bin kein Bären-Experte. Ich habe auch jetzt nicht irgendwie viel Kontakt mit Bären gehabt. Wenn man jetzt, sag ich mal, Sichtkontakt hat, nicht rennen und schon gar nicht den Rücken zeigen. Also umdrehen und wegrennen ist halt ein typischer Beutereflex und das stachelt den halt an. Ja, generell unterscheidet man ja ganz grob in der Region zwischen Schwarzbären und Braunbären. Wobei der Schwarzbär der entspannterer ist. Braunbär und ein Grizzly, der weiß schon eher, wer er ist dort draußen. Und ja, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Das da sind bärensichere Mülleimer. Die gibt es hier nur. Hier gibt es nur diese bärensicheren Mülleimer. Weil, Pat? Weil hier Bären sind. Richtig. Ja, Kanada-Alaska war für uns eigentlich sehr offensichtlich. Wir wollten schon Staffel 2 da produzieren. Dachten dann aber, ja, schon ein bisschen schwierig von der Vegetation Schweden und Kanada. Sieht halt etwas ähnlich aus. Wir wollten einen kompletten Kontrast, sind dann auf die tropische Insel geswitcht nach Panama. In Staffel 3 dachten wir uns, Angriff. Gehen wir rein in die Bären und in die Wölfe. Und es wird Kanada. Und dann ging es an das erste Scouting. Da sind wir dann mit einem kleinen Team, mit Pat, mit unserem Kanada-Experten Rainer, mit André, Johannes und mir, sind wir halt rüber geflogen und haben uns die Location angeguckt. We are back, back again. Unsere Production-Zeit. Und was haben wir jetzt vor? Jetzt springen wir gleich auf ein Boot. Mit Maxi. Hallo. Dann gucken wir mal, ob die Inseln was sind. Auf geht's! Yes, wir sind jetzt in, wo sind wir, Pat? Port Hardy. Wir sind jetzt vom Fährhafen von Vancouver Island hochgedüst zu Port Hardy. Das wird jetzt wahrscheinlich unsere Base hier werden, weil hier so ein bisschen Infrastruktur herrscht, also für das grobe Team. Hier sind auch die Wetterflugzeuge, man sieht, Boote, ETC. Ja, und jetzt haben wir gleich ein Treffen mit den First Nations. Da haben sie auch erzählt, dass hier wohl auch Grizzys rumlaufen, obwohl wir das eigentlich nicht wollten. Aber hier tun wohl Grizzys rum. Der ganze Scouting-Trip war ein bisschen durchwachsen, weil wir uns, glaube ich, bis zum letzten Tag nicht sicher waren, ob die Location überhaupt für eine Staffel 3 geeignet ist. Come on in, guys. So, Christoph? Yes, we'll get you out there and have a look around. How was the drive? Hat unter anderem den Grund, dass es da alles sehr groß ist. Also es ist sehr weitläufig. Es sind insgesamt zwei Inseln, die wir nebeneinander verwenden konnten. Plus, wir waren nur eine begrenzte Zeit da, mussten uns natürlich auch den Wetterbedingungen anpassen. So, I just want to make sure that everybody here knows that none of this would be happening without the work of Jamie and her partner here. This is a big project for us and we want to make sure one we can handle it. Ich bin zu fett für meinen Anzug. Was da? Das krieg ich nicht zu, leider. Willst du helfen? Mach mal. Ne, geht nicht. Das ist eng, ne? Die Leute dort leben ja auch direkt mit den Schwarzbären zusammen. Also wir sind irgendwo hergefahren, auf einmal war ein Schwarzbär an einem Obstbaum, direkt bei einem Haus. Die sitzen auch da in den Gärten. Ist halt ganz normal da. Aber natürlich ist es so, wenn du dich falsch verhältst, so einem Grizzly gegenüber oder einem Schwarzbär gegenüber, dann kann das halt auch wirklich schwierig ausgehen. Sei mal dehydriert, hab mal nichts gegessen, stolper dann über einen Bär oder komm dem zu nah oder was weiß ich, verhalte dich falsch. Weil das, auch wenn du es vorher gelernt hast, wie du dich verhältst, kannst du ja nicht das abrufen, was du vielleicht willst in so einer Situation. Ja, ich bin das, das Möchte. Heute ist auch frisch, ne? Nachdem unser Team alle nötigen Sicherheitsbriefings durchlaufen hat, kann das Scouting beginnen. Seit 30 Jahren hat keine Kooperation mehr mit den First Nations stattgefunden. Wir sind das erste Team, das ihr heiliges Land betreten darf. 8000 Kilometer entfernt ahnt ihr noch nichts von all dem und verfolgt, wie die ersten Teams nominiert werden. Dieses Jahr werden die Kandidaten in sieben Zweierteams ausgesetzt. Diese Teams sollen aus Freunden bestehen, die sich gegenseitig pushen und auch aufeinander aufpassen. Und ich will keine Ausreden hören, Freunde. Ich wurde von Fritz für die Team Edition 7 Moises White Staffel 3 nominiert. In einer ganz frühen Phase des Projekts und jeder Staffel steht immer, wie starten wir das Ganze. Die Nominierung in Staffel 3 war wie gewohnt ein bisschen frech. Wir haben einfach mal wild nominiert und quasi ins Internet geschossen, könnte man fast schon sagen. Echte Oldschooler ahnen, was jetzt kommt. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ey Leute, was geht? Dieses Duo hat mit legendären COD-Commentaries eine ganze Generation geprägt. Sie tragen ihr Herz auf der Zunge und sind dabei nur schwer zu überhören. Geist, Mann, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Mann! Wir alle, inklusive Fritz, sind seit Jahren Monte-Fan, finden das einfach geil, was er macht, feiern den Kerl. Und wir haben gesagt, das wäre für uns das Größte, wenn der dabei ist. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren. Ich bin sehr gespannt, was sie sagen. Freue ich mich sehr über die Einladung, bin ich stolz drauf. Kann ich nur sagen, ist es so ein 50-50-Ding, bei mir zumindest aktuell mitzumachen. Da muss ich ihn ordentlich bearbeiten, weil wenn, dann nur als Duo. Und dann will ich auch keinen anderen Duo. Nur die Rolex Krone 88. Und dann schauen wir mal. Der mich in der Nacht warm hält mit seinem tätowierten Brummbärbauch. Wir wollen keinem zu nahe treten. Das ist auch ein echtes Risiko, dem man sich aussetzt. Und jeder muss das für sich entscheiden, ob er das am Ende machen möchte oder nicht. Normalerweise spricht man ja sowas im Hintergrund ab und dann fragt man, ob die Leute Zeit und Lust haben. Und das läuft ja alles ein bisschen anders, aber wir machen generell die Dinge ja ein bisschen anders. Jeder darf da jederzeit sagen, ey Leute, das möchte ich nicht. Erstmal danke an Fritz für die Einladung. Ich habe die Einladung abgelehnt. Die ehrliche Antwort ist, ich habe immer nicht die Eier dazu. Das kann ich nicht. Da bin ich nicht bereit zu. Also Monte ist jetzt vielleicht nicht in der Serie dabei, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass er sich das anguckt. Letztes Jahr hat er sich auch teilweise die Folgen anguckt, ist dann irgendwann ausgestiegen später. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, ihn am Ball zu halten und dass er sich die ganze Staffel anguckt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Voll. Also weil wir auch wirklich selber fast alle Reactions gucken, weil wir finden das geil. Und zwar von Anfang an klar, dass wenn wir natürlich jetzt diese Nominierung ins Internet schmeißen, dass es auch Leute geben wird, die sich gar nicht melden, die absagen, die keine Lust haben, die keine Zeit haben. In der größten und echtesten Show des Internets haben die zwei Titanen der Bildröhre einen Platz verdient. Es ist auch ein großer Schritt, sich jetzt 14 Tage für die alleinige Show zu committen, plus dann noch eine Woche für Vor- und Abreise. Und das sind halt alles sehr beschäftigte Menschen. Erstmal möchte ich mich recht herzlich für die Ehre bedanken, überhaupt in Erwägung gezogen werden. Aber ich mache das natürlich auf gar keinen Fall, weil mir das viel zu anstrengend ist. Das ist mir zu gefährlich. Natürlich ist uns auch klar, Jokun Klaas, den kannst du nicht mehr mit Reichweite ködern. Den brauchst du auch nicht eine Million anbieten, damit die mitmachen. Das ist denen alles völlig egal. Aber mit dem Erlebnis halt. Ja genau. Die müssen einfach Bock drauf haben. Das ist völlig normal, völlig okay. Und wir haben natürlich uns auch im Hintergrund schon ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wen könnte man als Ausweichkandidat nehmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss euch jetzt was zeigen, ihr dürft es nicht sagen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, ja, ja. Hey, jo, was geht? Okay, du bist doch laut. Hi Dominik. Hi Kevin. Hi Hugo. Dominik, ich sehe so ein bisschen Panik in deinen Augen. Vielleicht ein bisschen. Ja, machen wir es kurz und knapp. Habt ihr Bock? Auch wenn du die jetzt nur auf eine Couch sitzt und eine Kamera drauf richtest, sind die halt ultra fucking witzig. Aber wie witzig werden die dann in so einer Situation? Oder eben auch nicht, ganz andere Facetten. Keine Ahnung. Oh mein Gott, safe 100%. Ach du Scheiße. Ja, ich hab die beiden natürlich direkt im Livestream angerufen. Ich hab das Ganze auch beobachtet und geguckt, wo sind sie gerade. Sie waren gerade auf Madeira in einem Restaurant. Ey, ich sag ehrlich, Bro, wir haben nicht mehr damit gerechnet. Wir dachten, dass hier schon andere Leute angegriffen haben. Wir dachten, dass es over. Zwei ganz spezielle Menschen, die einen Willen haben, den, glaube ich, viele Leute unterschätzen. Frips, wir sind dabei. Wir sind dabei, wir machen's. Jetzt müssen wir jeden Tag reingehen. Dschungeltraining. Geil. Geil. Es wäre so schade, diesen Moment einfach so zu verpassen und dadurch, dass wir alle auf die Social Media ein bisschen bewegt sind, dass wir Streamer sind. Was für eine Ruhige, die einfach im Livestream an. Das Ding nehmen wir mit. Es geht um eine weitere Nachnominierung. Die ist das. Einen guten Hallo, ja. Moin, was geht? Moin, ich weiß, gerade super ungünstig. Ihr seid gerade am Tätowieren und so weiter, ne? Warte, mach. Meineke ist drin. Kamera, einmal Ruhe drin. Ruhe, sorry. Fritz Meineke ist da. Was ist, ja? Tramix Rumatra auch einfach ikonisches Social Media Couple, würde ich die jetzt schon nennen. Ob du Bock hast, mit deinem Kompagnon Rumatra teile dritte Stapel zu sein. Ja, ja, wir fahren. Scheiße, ich muss Rumatra fragen. Super unterhaltsames Duo, was sich ständig in die Haare kriegt, was sich gegenseitig so ein bisschen hops nimmt. Rumatra. Ja, wir sind einfach dabei, oder was? Wir sind dabei. Ich hab, wir müssen einfach besser sein als... Ja, wir müssen besser sein als Hammerblatt und Rezmann. Ja, ultragelles Team, die necken sich, die nehmen kein Blatt vor den Mund, die haben einfach Spaß zusammen. Fritz, ich kann dir dafür nicht genug danken. Fritz, wir sind gleich. Die ersten Teams stehen fest. Immer noch ohne einen finalen Austragungsort. Und während in Deutschland die ersten Spekulationen beginnen, laufen die Vorbereitungen im Hintergrund auf Hochtouren. Und wir begeben uns weiterhin auf die Suche nach Seven vs. Wild tauglichen Spots. Wir haben jetzt ein paar Spots ausfindig gemacht. Ich hoffe, wir werden fündig. Die Zeit wird knapp, aber ich bin guter Dinger. Ich weiß noch nicht, wie geil das ist, wenn ich mir da so die Fenster angucke von dem Apparat. Und Johannes hat auch richtig Lust. Ich will krank abkotzen. Aua. Jetzt wird gekotzt. Ja, das Problem ist, ist es für... Ja, das Problem ist, ist es für... Ein neues Leben ist, dass wir mitbekommen? Ja, das Problem ist,based Jä Wayne. 199.000 Es gibt eine Aufnahme, glaube ich, im Flieger, Pat läuft Kamera unten an mir vorbei, ich bin so am Kotzen, mir ist wirklich kotzübel und ich sag zu Pat, Pat, mach deine Kamera an. Das war ihm unangenehm, mich zu filmen, weil ich so voll mit Schnolle und Kotze und so. Ich sag, mach die Kamera an, dokumentier das, Pat. Was ist los mit dir? Ich habe, wie angekündigt, gekotzt. Sehr ausgiebig. Aber stark, dass du es angetreten hast. Das ist mir sehr, sehr, sehr übel. Konntest du ein paar Impressionen mitnehmen? Ja. Meine Kotztüte ist voll auch. Die Wasserflugzeug- und Helikopterflüge dienen der groben Orientierung. Mit den Booten fahren wir erste Spots an, um sie genauer auf ihre generelle Eignung zu prüfen. Süßwasser, Nahrung, Shelterbau. So, wir sind jetzt gerade in der Zodiac in so ein riesiges Schlauchboot. Das sieht geil aus, so richtig black. Wir haben ein Klo. Und wir fahren jetzt von Port Hardy, das ist nicht ganz nördlich, in den Norden von Vancouver Island, um zu unserer Location zu kommen. Ein Problem beim Scouting war, weil das ganze Gebiet so wild ist. Dadurch, dass es First Nations Reservat ist, das darf also nicht hier treten. Es ist so wild, dass niemand eigentlich so richtig weiß, was lebt da eigentlich alles. Auch wenn natürlich die Gefahr für Grizzlies zum Beispiel verhältnismäßig ging war im Vergleich zur Westküste direkt, konnte es keiner ausschließen. Weil auch Grizzlies und Schwarzbergen treiben Inselhopping, schwimmen auch teilweise mal rüber von der Westküste. Ja, du guckst richtig, zu Recht guckst du, schockiert. Die schwimmen rüber und springen dann so von Insel zu Insel. Und auch auf Vancouver Island, auch wenn es da offiziell keine Grizzlies gibt, beim Scouting, weißt du vielleicht noch? Das Erste, was die uns sagen da, wo wir einmal kurz links reingefahren sind, übrigens hier am Fluss ist ein großer Grizzly. Also auf Vancouver Island, wo wir hingegangen sind ursprünglicherweise, weil dort die Bärengefahr verhältnismäßig gering ist. Ja, aber gering heißt eben nicht ausgeschlossen. Wir landen gerade mal bei einem ersten potenziellen Spot an, der ziemlich vielversprechend aussieht. Das war für uns halt auch immer wichtig, dass es halt ein Sweet Spot ist aus natürlicher Gefährlichkeit, aber keiner 95% Todesquote. Dementsprechend mussten wir halt irgendwie einen Ort finden, wo es halt nicht zu 100% sicher ist, dass sie an Tag 1 ein Grizzly im Camp haben, sondern dass er vielleicht erst an Tag 5 kommt. Die Koordinaten gespeichert, Empfang keinen, aber nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spot. Man sieht schön die Spuren, hier scheint es auch belebt zu sein. Also viele Wildtiere und optisch, ganz ehrlich, das ist genau das, was wir haben wollen. Supergeil. Bärenspuren, ich freue mich. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar potenzielle Spots, ein paar Backup-Spots. Johannes findet irgendwie jeden Spot hier geil, wo man sich da umbringt, wenn man da reinläuft. Mach. Ja. Ich auch. Bruder! Knossi! Bruder! Grrrr! 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 Knossi und Sascha, Kandidaten und quasi Überlebende aus der zweiten Staffel. Oh, mein eigenes Pool! Ich lieb die Jungs. Du stellst irgendwo eine Kamera hin, egal in welchem Szenario und die beiden funktionieren. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir sind ready für den fucking Dschungel. Brüder! Brrrr! Ein toller Tag! Ich komm vom Tangstraining! Ja, Knossi ist ein sehr emotionaler Mensch, der auch gern mal wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her springt. Er ruft uns dann auch fast täglich an im Hintergrund und will irgendwelche Infos erfragen und doch nochmal hier und nochmal da, so wie er halt ist, ne? So stark wie er Bock hat, so schnell hat er auch keinen Bock mehr. Oder wieder Schiss. Und in dem Moment, nachdem er Schiss hat, sagt er wieder, ah, das ist alles ganz einfach. Easy, das ist Kindergarten. Das ist alles Kindergarten. Jungs, ich kann da nicht mitmachen, ich kann das nicht, ne? Und am nächsten Tag ruft er wieder an, Jungs, ich bin dabei, was soll ich machen? Schau, wir sind dabei! Scheiß drauf! Wir machen das! Wir sind die, die ohne Plan dahin gehen, wie in Staffel 2! Wir sind aber die, die hoffentlich durchziehen bis zum Ende! Würden wir einfach auch aus Zuschauern sich gerne sehen? Also das ist auch eine Sache, die wir ganz oft gemacht haben oder ich auch generell bei meinen Videos immer mache. Ich versuche einfach, mein eigener Zuschauer zu sein. Würde ich mir das angucken? Finde ich das geil? Ja. Also, nominiert, fertig. Wenn es ein Duo im Bereich Outdoor gibt, dann sind sie es. Wenn ihr wissen wollt, ob wir es diesmal schaffen, dann bleibt dabei! Naturensöhne war tatsächlich das allererste Team, was sofort feststand. Das ist quasi das Team im Outdoor-Bereich. Wir sind halt so von den Grundvoraussetzungen jetzt nicht die Top-Survivalisten, möchte ich mal sagen. Zwei geile Charakter, die sich lange kennen, super lange befreundet sind, sich gegenseitig die Sätze ergänzen. Wir sind aktuell nicht die Fittesten, sagen wir mal, wie es ist. Ich stehe auch nicht schlecht im Futter, sag ich mal. Und ich habe immer noch eine Gastritis, das ist eine Magenschleimhautentzündung. Das heißt, theoretisch habe ich immer Magenprobleme, wenn ich lange nichts esse. Staffel eins und zwei waren eine Solo-Edition, deswegen haben wir gesagt, das passt nicht, das sind jamesische Zwillinge. Und als es dann hieß, dritte Staffel, wir machen Teams, ganz klar. Ich habe auch noch Bluthochdruck. Ey, solange man drüber lachen kann, ist alles cool. Mega geil, super eingespielt, eher mehr Bushcraft als Survival. Das ist halt deren große Stärke, das Bauen halt. Plus, die sind Entertainment-mäßig halt auch auf ganz hohem Niveau. Wir sind dabei, wir stellen uns der Herausforderung an. Wir haben Bock, wir freuen uns drauf. Ich persönlich glaube, was Sam Lewis-Bald so spannend macht, ist die Mischung. Wir haben eben nicht sieben Teams, die Vollblut-Profi sind. Wir haben Leute, die keine Bürgungspunkte mit Survival oder auch nur Outdoor oder vielleicht sogar nur Camping haben. Wir wollten eine bunte Mischung haben. Leute, die gar keine Ahnung haben, die ein bisschen Erfahrung haben und Leute, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind. Vorbereitung für 7 vs. Wild. Und heute wird gekocht Fisch, vorausgesetzt wir fangen auch eins. Mein Name ist Jan Lange, ich bin 25 Jahre alt. Joey und Jan, auch ein sehr wildes Team. Joey halt als erfahrenen Typen, der viel durchgemacht hat, auch ein absoluter Kämpfer- und Beißertyp, der dann sein Azubi Jan mit an die Seite kriegt und ihm einmal zeigt, wie das Leben funktioniert, würde ich sagen. Joey kommt zu seinen ersten Kalorien. Zwei Männer der Extreme, würde ich mal sagen. Der alte Showhase, der von TV Total 25 Jahre jedes Event gerockt hat, bis über Extremsport. Natürlich angefangen in der Kelly Family, weltweite Konzerte als einer der absoluten Weltstars. Dann Jan, der auch im Extremsport zu Hause ist, allerdings Parcours macht und Freerunning und Flips und Saltos und sich irgendwelche Hüften bricht. Jan, ne Flamme. Jemand, der Bock drauf hat, der motiviert ist, der sagt, pass auf, ich fress Dreck, ich geh durch, ich probier mich aus, ich mach das. Die ganze Zeit dieses abgef***te 7 vs. Wild im Kopf. Geile Kombi einfach, zwei geile Charaktertypen. Also dieses ganze Freerunning und Parcours-Thema bei Jan hilft ihm auf jeden Fall, weil er kann gewisse Grenzen einschätzen für sich selber, mental, vielleicht auch körperlich. Ich raste wirklich gleich aufs Maximum aus. Also mein Favoritenteam, skilltechnisch, ist Fritz und Marlin. Ich glaube, das ist sehr obvious. Hallihallo, hallo, 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 hallo. Marlin und Fritz, schwierig. Seit Jahren dominieren sie die Outdoor-Szene und unterhalten Millionen. Sagt ehrlich, ihr findet uns? Also wenn ich dafür einen Daumen nach oben kriege. Treffen sie aufeinander, dann schallen Beleidigungen durch den Wald. Hoselein! Ja, komm doch! Marlin und Fritz! Ich sag mal so, die Leute, die Marlin kennen, die wissen, dass er schon ein sehr spezieller Typ ist. Ich kenn Marlin schon sehr, sehr lange. Deswegen weiß ich halt, wie ich mit ihm umzugehen habe, wie ich gewisse Sachen lesen muss, womit andere Leute vielleicht nicht klarkommen, aber ich kenn ihn halt sehr, sehr gut. Andersrum ist aber auch genauso. Ich hab genauso meine Eigenheiten und er kennt mich halt sehr lange. Deswegen harmoniert das sehr gut. Gib mir die Wall, wir gehen aus und runter. Wir haben ja auch schon viele, viele Projekte gemeinsam zusammen erlebt und ich bin natürlich auch jemand, bin ja auch ein bisschen bekannt dafür, ich steh hier gern mal. Ah, Digga! Hab ich ja Montag gelernt. Fritz ist so aufgeregt, der ist sowas von aufgeregt, der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir nämlich da hoch müssen. Komm ehrlich, das ist doch geil. Das ist schon geil. Die finden eigentlich zu jeder Sache eine Lösung, bauen sich gegenseitig auf, pushen sich hoch, necken sich gegenseitig, aber das bringt die beiden irgendwie immer nach vorne. Und deswegen sind das meine Favoriten. Kameramann sagt, Kamera läuft. Hallo, ich bin auch da. Affe und Hanna. Ja, Hanna als Wildcarderin hatte ja in ihrem Bewerbungsvideo sogar Bären gefilmt. Das war nicht in Kanada, sondern in Europa. Und da war sie natürlich ein bisschen geschützter in so einem Fotoversteck, in so einem gebauten, sag ich mal, aber trotzdem mitten im Wald und irgendwie alleine. Wo trittst du? Kann mir einer sagen, wie ich das zwei Wochen aushalten soll? Ja, ist natürlich auch extrem schön, dass vielleicht durch so Momente dann gemeinsam einfach eine Freundschaft entsteht. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die wird man so nie irgendwo haben. Was ich gerade alles erleben darf, das ist halt so. Zwei Wildcarder haben sich super ergänzt zusammen und ist, glaube ich, ein richtiges Powerfraunteam. Alter, anderthalb Stunden jetzt um die Insel gefahren, geflogen, what the fuck, gefahren. Und ich glaube, wir haben zwei Spots noch gefunden, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Das ist ganz geil. Aber es sah viel versprechender aus, als ich erwartet hätte, oder Marc? Also es sah schon gut aus. Der Helikopterpilot meinte, wir können an manchen Spots sogar easy mit dem Helikopter landen. Ich bin guter Dinge. Das war ein erfreulicher Flug. Sehr gut. Also von oben sieht das richtig geil aus. Da sind Spots und Lichtungen und Seen, von denen man auf jeden Fall vom Strand aus, von den Beaches nicht hinkommt. So, let's go back to the office. Let's go back to the office. Wir wollen natürlich niemanden umbringen. Also wir versuchen, das alles spannend zu gestalten, keine Frage. Und es soll auch ein echtes Risiko da sein, sonst macht die ganze Serie keinen Sinn. Aber natürlich haben wir nichts davon, wenn da jetzt einer drauf geht. Deswegen haben wir große Teile von Kanada ausgeschlossen. Die Grizzly-Gefahr, die Grizzly-Dichte auch, in dieser Zeit ist zu hoch. Dieses Risiko mussten wir einfach minimieren, zur Sicherheit der ganzen Produktion. Aber natürlich vor allem gegenüber den Teilnehmern. Weil letztendlich verlässt sich jeder darauf, dass wir unseren Job vernünftig machen. Dieser Pflicht müssen wir auch einfach nachkommen. Also man muss einfach gucken, dass es verhältnismäßig bleibt. Es bleibt eine Unterhaltungsshow. So, finale Nachbesprechung hat stattgefunden. Wir haben alles geklärt und wir können sagen, wir machen es hier. Kanada ist es. Port Hardy wird vermutlich unser Campground für das ganze Team werden und ein Teil auf der Insel, auf Hope Island. Und das bedeutet, Staffel 3 wird im First Nations Reservat stattfinden. Da muss man auch nochmal sagen eigentlich, dass es krass ist, dass wir das machen dürfen. Seit 30 Jahren hat keine Kooperation mehr mit den First Nations stattgefunden. Wir mit 7 vs. Wild sind jetzt wieder nach 30 Jahren die Ersten, die es machen dürfen. Wir sind sehr stolz und happy. Und wir sehen uns dann, wenn 7 vs. Wild losgeht. Yay! Die Zeit wird knapp. Die letzten 24 Stunden vor der Aussetzung brechen an. Was passiert in den letzten nervenaufreibenden Stunden bis zum Survival-Highlight des Jahres? Wir reisen mit den Kandidaten nach Camp Bell River, zeigen euch jedes Sicherheitsbriefing und die erste Begegnung mit den First Nations. Ich bin wieder am Leben! Sind die Kandidaten wirklich bereit? Was haben sie final mit in die Flasche genommen? Und wer kann beinahe nicht ausgesetzt werden? Bist du am Kotzen? All das nächste Woche Dienstag, dem 21. November in Folge 4 Behind the Scenes. 2 Veiligung 1 2 3 für 2 1 2 Vielen Dank.